Willkommen in dem nächsten Part vom Let's Play von Final Fantasy X. Ja, wir sind hier stehen geblieben und machen nun weiter. Immer die gleichen Mobs. Hol'n nochmal Cheetos rein. So, und Arden drauf drauf und Lulu hat noch einen Blitzer und dann reicht es. So. 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 Wir wechseln mal Lulu gleich mal aus für Walker 1100 Schon nicht schlecht Ähm 4 2 9 1 3 4 5 5 5 7 5 5 5 5 5 6 5 5 da kommen wir dann später noch mal dazu und wir haben jetzt hier einfach weiter eine chimäre da holen wir jetzt mal die marie rein weil der kann was von der lernen dragonik nass hauch genau so wacker schnetzelt einfach mal darauf ein einfach draufhauen so nass hauch wir sparen uns über die ekstase leisten für später und die brauchen schon noch ouch alter der haut rein so das war's wir können nicht mal wieder skillen ein bisschen worker bekommen ich habe hier dazu und magie so was machen wir die marie gehen hier lang okay das ist erst mal zurück und das macht euren hp bekommen und riku bekommt geschickt dazu das kriegt die los mp wo hier bekommt da ganz schön viel angriffskraft ich sehe sowas liebe ich so lulu bekommt gar nichts dazu und wir heilen kurz mal wie das tut schon habe ich gerade die wiener gesagt oh mein gott wir ignorieren den titel einfach und gehen weiter jetzt kommen wir nie durch über diese scheiß mobs die regen mich am meisten auf diese heißen die teilchen weiß oder teichen blau ja und weil ich farben blind bin nein warum auch so was machen wir jetzt einfach mal kurz warten bis lulu wieder dran ist komm schon los hau in eine rein bam weg die pulle alter so alter und ein knall die dinge heißen kusi pose oder so ja die können auch nix ach komm das stückel hätte doch lulu auch noch machen können faule sau so oh falscher weg was bekomme ich die lulu dazu bio bio das macht glaube ich ähm gift glaub ich weiß ich nicht müsste doch noch mal austesten ich bin bank natürlich ich bin einfach etwas aber ich bin das ist auch das wird wir auch Siegeshymne Autsch So, jetzt müsste er down sein Es kann sein, dass ich irgendwie derwe an der Kiste vorbeigangen bin Ich geh nochmal zurück Ich glaub hier war das Genau hier Allheilmittel Ach scheiße Naja gut, so tragisch ist das jetzt auch nicht Oha, 2000 Oha Ach, wir holen mal Exion Alter Die sind auch ganz viel stark geworden 1800 haben die schon Blitzer Öh 2600 Alter Schere übertreibt doch So Oh, ich find Exion einfach geil Der ist so schön stark Naja Wenn man ihn Halbwegs gut trainiert Beziehungsweise Juna Dann geht das Oha Scheiße, dass so viele Kämpfe sind Ey Wir holen Tidos rein Für diese Schmelke Für diese Schmelke Und Kimari Für das Tyler So Ja Das müsste öffentliches reichen Yo Yo Na Na Mann Stress nicht, alter Ja Komm, wir haben jetzt einfach ab Habe ich keinen Bock drauf Schon wieder Ich hoffe, das ist der letzte Kampf gewesen Komm, die machen wir jetzt kurz noch down Wenn wir jetzt nicht rumflennt Oh Megidoflamme 400 Geht ja Ach genau Die hatte den Komischen roten Reif Deswegen Das war eine Feuertacke Und Die wird um 50% Gelindert Nur soweit ich weiß Es ist vorbei Jawoll Scheiß Gehmeere Alter Waka 9 Sphero Und der Willkommen Tapia zu Wer hat er 2400 schon Okay Ziemlich unheimlich Wir sind da lang, oder? Ja Genau So Erstmal kurz heilen Und Wir fragen Oh, Acker kurz Sonderpreise Okay Lass mal sehen Oh Oh Oha 12.000 für so'n Sonic Schwert Leck mich am Arsch Also ich würde es hier noch nichts kaufen Fragt er, ob es zu teuer ist Sagen Wir Halsabschneider Jetzt hat das Angebot verringert Jetzt kostet es nicht mehr so viel Vorher hat es 12.000 kostet Ja Das Ist Gut Aber wir kaufen hier eh nix Ne 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 Wir brauchen nix Und hier geht's hoch Und hier müssten All Bad Legs kommt Band 15 liegen Okay, dann mache ich einen kurzen Cut An der Stelle Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Bis denne